Jetzt einspannen, zack. Beine nicht vergessen, Oberkörper nach vorne, sehr gut, keep smiling, so muss es sein, gut, Latissimus, schön elegant aufmachen nach außen die Arme, gut, ziehen, Druck auf die Beine nicht vergessen, yes, Brust höher, Brust höher, besser, Druck auf die Beine nicht vergessen, immer schöne Spannung halten, gut, und seitliche Brust, Seitenwahl ist freigestellt, sehr schön, gut, Druck aufs Bein noch ein bisschen mehr, Po anspannen, jetzt kommt leichter Streifen, ganz leicht schon, gut, halten, keep smiling, und Trizeps, Seitenwahl ist freigestellt, sehr schön, deine Pose, kommt, das ist deine Pose, schöne Bauch flexen, so bleiben, Druck auf die Beine nicht vergessen, okay, tut ein bisschen von hinten, so, deine Pose, schön nach oben ziehen, gut, Rücken breit, Spannung in den Rücken, Druck auf die Beine nicht vergessen, den Druck halten auf den Beinen, rechten Arm ein bisschen höher, gut, ein bisschen mehr ins Hohlkreuz, gut, halten, jetzt die Arme nach außen auf, und Latissimus, ziehen, das ist deine Pose, zieh, yes, Druck auf die Beine nicht vergessen, Brust nach oben, gut, schön halten, breit machen, gut, und drehen nach vorne, und Bauch und Beine bitte, und tief, jawohl, kommt, da geht noch mehr raus, gut, und das Bein nach vorne nochmal, und Druck drauf, nochmal Luft holen und ausatmen, und Druck aufs Beiden, jawohl, gut, sehr gut, okay, und zum Abschluss mit dem Most Cut, und Druck auf die Beine, nicht vergessen, nicht vergessen die Beinerspannung, und keep smiling, sehr gut.